Wieso, weshalb, warum mit Ravensburger spielerisch die Welt entdecken. Die beliebte Sachbilderbuchreihe ab dem Kindergartenalter nimmt sie und ihr Kind mit auf eine spannende Reise in die Welt des Wissens. Kindgerechte Fragen, wie zum Beispiel Wo und wann lebten die Dinosaurier? Was fraßen die Dinosaurier? Warum sind sie so groß? Was sind Fossilien? Werden auf Augenhöhe der Kinder beantwortet. Klappen bieten ungewohnte Ein- und Überblicke und sorgen dafür, dass mit zahlreichen Spieleffekten Spaß und Wissenserwerb Hand in Hand gehen. Gehen Sie mit Ihrem Kind auf Entdeckungsreise. Mit Wieso, weshalb, warum von Ravensburger.